ICT and Digital, wo Code auf Kreativität trifft und Algorithmen unseren Alltag verbessern. Junge InnovatorInnen gestalten unsere digitale Zukunft, indem sie Menschen und Tiere zusammenbringen, Elektroschrott korrekt entsorgen und unseren Herzschlag im Takt halten. Sie trainieren KI-Modelle und machen das Einparken von Anhängern zum Kinderspiel. Sogar die Vorhersage der Schlaganfallmortalität wird durch ihre Hilfe ermöglicht. Hier sind die Top 5 Projekte in der Kategorie ICT and Digital. Fünf Schüler des TGM in Wien haben im Rahmen ihres Diplom-Projekts die Plattform Collect eWaste entwickelt, die die konkrete Entsorgung von Elektroschrott erleichtern soll. NutzerInnen können auf der Plattform ihre Elektronikprodukte und Komponenten einstellen, um sie fachgerecht entsorgen oder sogar recyceln zu lassen. Wir setzen uns dafür ein, den Kreislauf von Elektroschrott zu durchbrechen und einen neuen Standard für Nachhaltigkeit zu setzen. Schüler der HTBLA Grieskirchen haben mit ihrem Projekt Document Dataset Synthesizer eine künstliche Intelligenz bei der Datenextraktion unterstützt. Das System generiert künstliche Dokumente, um der KI das richtige Auslesen von Daten beizubringen. Das Unternehmen OptaData profitiert von diesem innovativen Ansatz. Dieses Projekt ermöglicht es, Bilddokumente in beliebiger Variation, in beliebiger Anzahl zu generieren. Zusätzlich wird auch der textuelle Inhalt jedes Bilders gespeichert, damit sie sich keine Sorgen mehr über Datenvollständigkeit machen müssen. Drei Schüler der BHAK BHAS Feldkirch haben HeartChart entwickelt. Ein mobiles Gerät, das den Herzrhythmus einer Person messen kann. Die Daten werden über Bluetooth ans Handy gesendet und binnen 10 Sekunden ausgewertet. Es ist kompakt, kann in eine Handtasche passen und ermöglicht die Früherkennung von Arrhythmien. Mit HeartChart wollen wir jedem die Möglichkeit geben, gutzeitig Herzkrankheiten zu erkennen und in Folge behandeln zu lassen. Durch unsere App können zu Hause diagnostizierte Krankheiten bei Verdachtsfällen den Arzt vorgelegt werden. Mit unserem HeartChart-Gerät werden Ihre Herzströme mit Hilfe eines 3-Kanal-EKGs über Bluetooth in Echtzeit an die HeartChart-App übermittelt und analysiert. Das Team Match Your Pet der BHAK und BHAS in Beidhofen an der Thaia hat eine Dating-App für Haustiere entwickelt, die TierliebhaberInnen hilft, nachhaltigere Beziehungen zu knüpfen. Durch Swipen und Matchen können interessierte Fotos und relevante Informationen über potenzielle Haustiere sehen, bevor Sie sie im Tierheim besuchen. Das erleichtert den Adoptionsprozess und unterstützt Tierheime dabei, ihre Kapazitäten zu verwalten. Durch ein Wischen nach rechts wird dabei ein Tiervorschlag angenommen und durch Wischen nach links abgelehnt. Sofern ein Match zustande kommt, kann danach per Chat mit dem Tierheim Kontakt aufgenommen werden. Es ist also so einfach und intuitiv wie noch nie, ein passendes Tier aus dem Tierheim zu finden. Denn Match Your Pet revolutioniert die Art und Weise, wie wir Tiere adoptieren. Jetzt und in Zukunft. In dem Projekt des TGM, der Schule der Technik in Wien-Brigitte-Nau, haben SchülerInnen eine Website entwickelt, die NeurologInnen dabei unterstützt, die Mortalität bei Schlaganfall zu prognostizieren. Der nächste Schritt des Projekts wäre die Implementierung in den Krankenhäusern, also dass die Ärzte auch die Website selbst zur Verfügung bekommen und beigebracht bekommen, wie man diese effizient nutzt. Das Diplom-Projekt TrailerBuddy, der HTL Mössinger Straße in Klagenfurt, entwickelte ein digitales Einparksystem für Anhänger. Fünf Außenmodule messen den Abstand zum Umfeld und zeigen akustisch und visuell an, wenn man einem Objekt zu nahe kommt. Der TrailerBuddy ist ein innovatives Einpark-Hülfesystem, das eben wie so ein Einpark gepiepselt beim Auto aufgebaut ist. Es besteht aus einzelnen Messmodulen, die man an dem Anhänger anbringen kann, und zwar magnetisch. Somit sind sie auch nicht dauerhaft am Anhänger, sondern können simpel und einfach abgenommen werden. Dadurch hat man den Vorteil, dass das Ganze nicht genehmigungspflichtig ist bei der Landesregierung und dass das Ganze auch Straßen zugelassen ist.